Val müsste irgendwo in diesem Bereich sein. Von dem Laden ist nicht viel übrig geblieben. Seien Sie doch froh, dann müssen Sie nicht lange suchen. In diesem Komplex waren alte Versuchsobjekte untergebracht. Beeilen Sie sich, wenn die Fischer Val finden, ist sie erledigt. Schon unterwegs. Jawohl, schon unterwegs hier bei Far Cry, willkommen zurück. Oh, eine Google-Sichere. Ja, der hat die beste Zeit auch hinter sich, der braucht sie garantiert nicht mehr. Ups, so wie sie aussieht. Okay, wir gucken, was uns hier... Ach, ich höre was. Ich hasse diese Musik. Und ich höre irgendwas. Alter! Die sind unsichtbar. Oh mein Gott! Okay. Verwenden Taste. Da ist einer, habt ihr gesehen? Mit dem Automat. Warte mal, ich werfe mal eine Granate. Stirb du! Dreckfisch, du! Oh! Die haben Waffen. Da ist nochmal einer. Oh! Hier, bitteschön. Hey, sag mal, gehen die nicht tot? Aber die waren wahrscheinlich nicht nah genug dran. Alter, ey. Das ist ja brutal hier. Mein Gott. Wir haben ihn. So, was ist da oben? Ich nehme dich Stück für Stück auseinander. Oh man, hier oben geht's ja voll ab. Ich helfe mal ein bisschen. Was ist denn hier los? Da ist nur einer. Du bist erledigt, Mann! Ja, komm, da holen wir die doch. Toll. Das blendet. Ist alles okay? Können wir nicht zusammenarbeiten und gute Freunde sein? Verstanden. Seien Sie vorsichtig. Da warten bestimmt noch einige Überraschungen auf Sie, von denen vermutlich nicht, weil ich was weiß. Ja, das habe ich schon gemerkt. Müssen wir schauen, wo ich hier weiter muss. Stroßflintenmunition. Ach, da können wir auch mal ein bisschen mit der schießen. Wollen wir mal ein bisschen rausballern hier in die Munition. Wo geht's jetzt hier weiter? Ah, unten ging's glaube ich noch weiter. Ich glaube, da ist nochmal ein Raum. Dann gehen wir halt wieder runter. Dann gucken wir mal, wo wir hier. Kann man hier eigentlich was rausholen am Automat? Nö. Ah, ich habe gedacht, man könnte mal sein Leben auffrischen oder so. Hier geht's auch noch weiter. Hallo? Okay, also hier kommen wir nicht rein. Hier ist zu. Ja, aber... Da war auch nichts. Da ist da eine Klappe auf dem Boden. Nö. Hä? Jetzt brauchen wir euch hier irgendwas übersehen. Ist da noch irgendwo eine Tür? Oder ein Lüftungsschacht oder irgendwas? Nee, hier ist nichts. Da ist auch nichts. Ja, sag mal. Bin ich jetzt bekloppt oder was? Da oben. Nee, da geht's auch nicht weiter. Da hoch kann man auch nicht. Da kann man auch nicht rein. Boah, das tut ja in den Auge weh. Kaffeetasse. Computer. Computerle. Ja, aber hier kommen wir nicht weiter. Hä? Das ist auch nichts. Alter. Wo geht's denn hier weiter jetzt? Das ist eine Chipkarte. Vielleicht muss ich irgendwo so eine Chipkarte suchen für die Türe. Gehen Sie zum letzten noch funktionierenden Lastenaufzug. Ja, prima. Hier ist übrigens... Ist das ein Aufzug? Nee. Warte mal. Ah. So, wie es aussieht, müssen wir da runter. Uh, da ist wieder so ein Viech. Bitteschön. Kannst du ja haben von mir aus. Äh. Äh. Ich glaube, da ist nochmal eins. Hilfe. Ich krieg noch einen Herzinfarkt. Geht zumindest mal, sind wir weitergekommen. So, jetzt sind hier Türen. Die sind auch alle zu. Die da hinten. Die ist auch zu, so wie es aussieht. Okay, wir müssen jetzt... Die ist auch zu. Toll. Und jetzt? Mal, vielleicht die Gasflasche, vielleicht ist die Wand kaputt. Nee, hier ist nix. Auch kein Lüftungsschacht, aber irgendwie... Das ist so ein abgetrennter Bereich, vielleicht. Nee, ja, hier ist auch nirgends ein Aufzug, ne? Hier, das sind so Auf... Nee, vielleicht sind das so Aufzugturbinen. Ach, was weiß ich. Keine Ahnung, wo das jetzt sein soll hier. Kommen wir hier wieder hoch? Ja, aber da oben ging es ja auch nirgends weiter. Hier runter geht es auch nirgends. Man sieht doch nicht wirklich durchs Wasser. Vielleicht ist hier irgendwo eine Luke oder so. Hm. Hier irgendwie hinhangeln oder so? Nee, das geht auch nicht. Vielleicht auch das Fass. Super. Toll, klasse. Warte mal hinknien. Kann man was sehen. Ah, warte mal. Ist hier vielleicht irgendwo offen? Nee. Was hier nicht? Hier liegt... Hier liegt ein Stück... Blech. Äh, Gatter. Also halt... Stück Bodenplatte. Warte mal, da hin. Warte mal, da... Ist irgendwie Holz oder so. Komm, bis zum Schießen. Nee, das geht nicht kaputt. Ja, super. Wie soll ich da reinkommen? Ich seh nicht mal... Boah. Leg dich mal hin oder so. Super, wie komm ich jetzt da weiter, Mann? Klasse. Kann man die Fässer zerschießen? Ah, vielleicht komm ich jetzt... Warte mal, ne Granate mal hinwerfen. Ah, jetzt können vielleicht auf sein. Super. Klasse. Ist auch nicht... Hat auch nicht funktioniert. Hä? Man sieht auch die Einschusslöcher drin, aber irgendwie passiert da nichts. Hallo? Geh auf, du blödes... Aber man kann... Bitte mal die Fässer hier wegschieben. Na toll, aber du kriegst die Bodenplatte ja immer noch da. Wegen dem wird es ja auch nicht besser, denke ich. Seht ihr? Hallo? Äh. Wo war es die Scheiße? Wo war es die Scheiße? Wo ist das Brett hin? Ach, ich konnte das... Die Scheiß-Dinger haben das Brett gehoben. Ah, so sieht's aus. Ah, so sieht's aus jetzt. Okay. Dann sind wir hier auf jeden Fall... ...auf dem richtigen Weg. Ich kann hier nicht schießen oder was, ey. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir hier aber ganz schnell wegkommen. Oh je, das hört sich gar nicht gut an. Ich komme jetzt da hoch. Ah, da ist ein Leiter. Da oben ist irgendwas. Ich höre es. Okay, einmal. Ist noch einer? Ne. Okay. Puh. Leben brauchen wir keins. Das haben wir alles. Hui. Voll die Schaukel. Das wäre geil, wenn wir uns jetzt da so drauf sitzen könnten. Hui. Du, 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 du. Was ist das? Lock it in. Ah, haben wir jetzt die... Haben wir jetzt die Türen aufgemacht, oder wie? Was für eine Waffe nehmen wir denn? Die haben auch noch ziemlich viel Munition. Ah ja, guck mal an. Halt, seien Sie vorsichtig. Crow hat einige Eliteeinheiten in das Gebiet abkommandiert. Denen würde es sicherlich nichts ausmachen, neben den Trigenen auch noch sie zu töten. Ich weiß. Ja, bestimmt, ne? Ui. Oh, 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 oh. Trigenen. Und das ist nicht wenig. Und noch einer. Lad nach. Aha. Wie so ein Pingpong. Voll gegen die Decke gesprungen. Affe. Sind wir jetzt hierher gekommen? Sind wir wieder hier unten? Ah, jetzt gehen die Türen auf. So sieht's aus. Moment, von hier... Ah, von hier kommen wir. Genau. Da sind wir hierher gekommen. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich in die andere Tür. Da waren noch zwei, oder? Eins. Warte mal, da hinten war. Von dort sind wir gekommen. Ja. Okay, dann gibt's noch eine Tür. Ui. Sind wir jetzt noch reingeflogen? Genau das hier. Psst. Ich glaub, ich hab was gehört. Aha. Okay, Freunde. Bevor ich da runtergehe. Oder hochgehe. Keine Ahnung, wo es jetzt hin geht. Vermutlich wie immer nach unten. Mach ich ein kurzes Päuschen. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Part. Bleibt auf jeden Fall dran. Ciao.